Herzlich willkommen zu Operation C! Jo, er hat's gesagt und wir spielen jetzt Operation C. 10 oder C? Operation C. Ach so. Ey, ja, sorry für den Anfall. Hey, komm, wir wollten aufhören, Sohn! Ja, ich hab dich nicht beleidigt, ich hab den Scheiß-Huhr und Schiri beleidigt. Alter, lass den Schiri in Ruhe, tut sein, äh, tut sein unser Wah-Job! Ja, na klar! Ja, bloß, bloß macht auch die Fehlentscheidung, der Pisser! Ist jetzt hier der Ferien. Haha, dein Vater ist doch nicht der Schiri. Na, er weiß. Zack! Ich bin ein Kontramann, wow, ich bin Rambo! Ja, und ich, ich hab's auf Profi durch, Mann. Sie reden grad von Fußball. Nee. Es gibt keinen Profi-Modus in Kontra. Oh, da hat's schwer... Es gibt keinen Schwer... Weiß ich jetzt nicht, ob's gibt, aber trotzdem, Profi gibt's nur bei FIFA. Nee! Oh, Leben noch dazu bekommen! Ich bin ein Awesome-Gott! Wir spielen Kontra mit unserem Dimi! Du bist mein Vater, Mennett! Wir spielen Contra mit dem Dimi! Dimi Tsi! Dimi's Eil! Wir spielen Contra mit dem Dimi! Victor ist auch an Bord! Mmmmm... Scheiße... Was labern sie da? Ich tu immer singen, wenn das LP verloren ist. Haben sie aufgehört zu aufnehmen? Nein, nein, ich nehm wirklich aufgehört. Ja, ich wiederhole die ganze Zeit diese scheiß Stage! Was für ein Stage? Ein Level, mein... Wo soll ich das denn missen, Mann? Sie wissen noch, was eine Stage ist! Ich weiß gar nichts, Mann! Du hast mir nie was beibefragt! Du bist ein scheiß Vater! Alter, ich blute am Finger. Wicker, Pisser! Ich blute und ich merk's erst jetzt. Äh... Das geschieht ja eigentlich nicht! Pisser! Da! Scheiß ist der Schwung! Ich hab heute Twitcher weitergezockt, das ist so awesome! Wollen sie es? Ich, sie verblendete RPG-Zock! Ich hab's doch mal! Ja, dann zock es! Nee! Ich hab nichts gesagt, das bist immer nur du! Ah! Du! Hundesohn! Duschlampe! Duschlampe! Findest du zum Duschen keine Lampen? Nö! Warum? Darum! Bitte, es gibt ne Waffe, ich auch nicht! Wenn ihr den Witz nicht versteht, macht man eine Lücke zwischen dem U und dem S! Mann! Den Witz hab ich Interessence of Time gebracht! Ich weiß, den hab ich ja bis heute gemerkt aus deinem LP! Vicky Shorts hat's auch... Unser Shorts hat's auch... Ich hab's im LP gesagt! Hä? In meinem LP hab ich's auch gesagt! An der gleichen Stelle! Ich glaub! Oh, du scheiß Pisser! Schon Pisser! Ficker! Nee, an der gleichen Stelle! Ich war da grad in so einem hässlichen Hotelzimmer oder so! Es gibt da keine Hotels! Ja, ich mein Palascht natürlich! Richtig! Palascht?! Wir sind hier nicht im Schwabe! Du bist doch nicht Prinz und Schwabe! Ich bin kein Schwabe! Was bist du dann? Warte! Okay, das akzeptier ich! Gut! Wir spielen Kontra... Wut du du du! Ja, du Pissarme! Das kann man nicht ausweichen! Puh! He, Sir! Wegen dir, die hab ich ein Gegentor bekommen! Ah! Ich kann's bisschen! Ich hab's bisschen jetzt drauf! Der Schreiber! Ich hab' gar nichts drauf, Mann! Ich kann nur fail... Ich hasse das LP! Gibt's jetzt Cheats! Ich mach die jetzt! Nee, du machst keine Cheats, sonst... ...verklare ich das LP! Und es geht nicht als LP, sondern als Let's Fail! Ey! Ich hab' echt keinen Bock mehr auf Kontra jetzt! Ich will nur noch mit S zum Boss kommen! Nein, mit F! Was ist F? Eine Waffe! Uff! Uuuh! Pisser! Gegentor! Haha! Pisser! Hey, komm jetzt! Bin ich im Rückstand, Mann! Wegen dir! Pisser! Was würde ich nur ohne dich in dem LP machen? Ich glaube, ich würd's echt abbrechen! Gut so! Na jetzt ohne Scheiß, ich wär' so demotiviert! Schon allein mit dir ist Scheiße! Aber ohne dich, ohne dich wär's am bekifftesten von allem! Na ohne Scheiß! Und die welcher, wenn die am Bach ist, dann ist das LP auch am Bach! Ich war heute im Bach baden! Was willst du jetzt von dir gemacht? Lass' dir mal in Ruhe! Da! Was war das denn für'n Geräusch, Pisser! Hey, komm! Weil doch einmal das Wort mit P sagt heute, der wird geschlagen! Ab jetzt! Du bist! Okay! Sie werden das Wort mit Pinara sagen! 100%! Hm... Darauf lassen wir's jetzt erstmal nicht ankommen! Doch! Komm erst verschwinde, du Pin... Ne... Sie wollten's schon sagen! Na und, ich hab's aber nicht gesagt! Nein! Dann hast du zurückgeschritten! Ich kann sich eine Beleidigung zurückschreiben! Ja... Niedriger Entwicklungsstand! Ich glaub' Arcania ist ein niedriger Entwicklungsstand! Ja! Das ist der niedrigste überhaupt! Hm? Noch Alpha-Phase! Nicht mal das, mein Sohn! 0.5 Alpha! Glaub ich dir! Schon! Jetzt komm, lassen wir auch die Andeutungen hin, okay? Ja, okay! Du... Du abgefuckter Appen! Ach komm! Hey, es läuft jetzt wirklich gut! Es läuft wirklich gut hier in Kontra! Hm? Hm? Ach komm schon, Mann! Ein Fail ist nur ein zweites Fail-Video! Brauchen wir nicht! Und machen Sie bitte das Echo weg! Hast du ein Echo? Ich hör mich selber in meinem LP! Fuck! Ich hab's gehört! Du hast ausgepeitscht! Du Scheiß! Oh, wie geht's doch einfach! Ja... Sie erhalten das LP nur deswegen toleriere ich es! Nein! Hm? Wieso nein, Mann? Sagen Sie doch schon ruhig die Wahrheit! Ich... Ich kenn Sie ja so lange! Ey, gibt's ja auf dem Weg zum Boss noch Gegner! Wenn nicht, dann hab ich gute Karten! Scheiße Geschütze! Ne, gibt's nicht! Oh, Mann! Freistoß gegen... Für die Hurenzöhne, Hurenzöhne! Oh, ne! Ich... Ihr, nicht ihr! Wer denn dann? Sag, sag, sag! Warum drück ich immer A, 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 A? Oh, nicht dahin, du... Wenn... Dauerdrücken angesagt ist! So... Oh! Jetzt ist es zerstört! Ah! So, Nase kratzen vom Boss! Während des Bosses wird es nicht möglich sein! Ich mach Faust dann beim Boss, wenn du Nase kratzen musst! Biss mal... Äh, aus Versehen lassen! Ah! Iiiih! Die Schreie kommen echt von... Nein! NEIN! Jetzt hab ich die normale Waffe! Kann ich was dafür? Nein! Tu-tu! Tu-tu-tu! Gay? Heheh... Wenn Gayes nur so klingen würden! Du Gay Kopf... DA! DA! Was? Tu-tu-tu-tu! Ach du abgefuckte Sau einfach! Look! Leck deine Mutter! Ja! Gewonnen! Gewonnen! Er hat keine Mutter! Ich glaub das... Ich weiß jetzt nicht ob das letzte Game... NEEIN! You fucking Bastard of Disaster! was ist das wenn die musik sich hier ändert ich habe das echt im gefühl ich glaube das ist die letzte stage leute da wie selbste mama nein davon ist nicht hier deine mutter ist auch ganz was ist das ich habe keinen bock nur auf das lp dann geh doch einfach der boss ist ätzend jetzt aber egal ist wir haben wenigstens fortschritt gemacht nee war es nein das war es nicht das war es nicht das spiel durch ist dann freue ich mich jetzt wie die sau es ist aber nicht das ist so ein geiles ende kommt leck mich am arsch das war's was kleines spiel oder ja so ein geiler boss der endboss hat nichts gemacht ich liebe das spiel ich liebe schwierigkeitsgrad weiß sowas von selbstverständlich ich dachte schon warum ist das spiel so fucking schwer oh ja die musik ist lieb und wird nicht böse es kommt nix mehr ja spieler p beendet ah ja noch operation sie geht es weiter mit kontra 3 kontra 3 der alien wars und marie 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 mein lp halten sie die fresse schau kontra 3 ist einfach ein fucking awesome shooter den musst du dir ein sput hat sich ein 2d spiel ja ein 2d shooter du ballast das gibt's doch gar nicht mehr kontra 3 erinnert mich schon ein bisschen an terminator 2 überhaupt terminator egal vergessen wir das jetzt und ja ich will die quesits nicht mal anschauen ich will nicht scheiß so und sie müssen auch viel als kommentator lernen also aussprechen lassen tut man die erwachsenen du bist nicht erwachsen mal 17 das ist erwachsen du bist drei also als maul jetzt musst du aber mal sagen dass das alltag hier ist es ist wirklich alltag überleidig mich jeden tag ja wer steckt mich an du ist besser besser bei anderen beredet flippe ich nicht so aus FC kontra 3 er hat der labern hast du hast du hast recht du hast recht bevor du reingekommen bist viel schönes wort präsentet bei konami konami ist nur weil sie kassel weniger machen lass sie doch kassel weniger ist kassel weniger ist gehen er war und das war's mit dem fucking spiel ich habe kein bock mehr oder sie noch haben sie noch irgendwelche worte herr kakelock er hat es ist mein vater keine sieben ist nicht gerade immer nicht zu mir und sich wie es aussieht auch nicht eben zu euch in den lps das was mir kackt der kerl hat nerven aber okay das war's auch von mir euer kalm sieben wer ist kalm sieben deine mutter